Ja, in Tirol ist die Landwirtschaft ja sehr klein strukturiert und deswegen auch die Erzeuger und die Bauern haben sehr kleine Betriebe und die Betriebe bei Biefenberg sind sehr vielfältig. Wenn man zum Beispiel im Milchbereich denkt an die Milchbuben, die für unseren Kammerbär produzieren, die haben also hier kleine Molkerei direkt beim Stall und schaffen es trotzdem aus dieser ganz kleinen Struktur ein hervorragendes Produkt zu bekommen. Diese ganzen Ideen von den Tiroler Biobauern, die leben natürlich auch sehr viel von Innovation und auch von dem Mut, etwas Neues zu machen. So zum Beispiel im Gemüsebereich der Clemens Lutz in Fritzens hat vor einigen Jahren angefangen in Tirol Knoblauch für uns zu produzieren. Da wusste man gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber er hat einfach viel Know-how gebündelt und macht jetzt auf seinem kleinen Betrieb Knoblauch und auch Zwiebeln für das Biefenberg-Gemüsesortiment.